So meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer unfassbar erfolgreichen Frau seit mehreren Jahren Liefert sie bei RTL unfassbare Quoten mit ihrer Sendung hinter Gittern Heute bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Kathi Karrenbauer Hallo, die wunderbare, Kathi Karrenbauer Ja, da sind wir Herzlich willkommen Wie geht es sich aus? Geschenke dabei? Ja, ganz viele, doch, weil du hast ja schon darauf hingewiesen, dass Weihnachten steht vor der Tür Genau, also das musst du jetzt noch nicht lesen, aber du musst eine von diesen Karten ziehen Wie, ich sehe nur eine Das ist der Trick Achso, das ist der Trick Okay, zieh eine von diesen Karten Und dann? Und dann musst du drauf gucken Hinten Auf die andere Seite Auf die andere Seite Das ist die sogenannte Arschkarte übrigens Das ist die Arschkarte? Ja, die hast du ja irgendwie gezogen Ach, guck mal, wie süß Also nicht, weil ich heute bei dir bin, sondern Hohe Weihnachten von Kathi Wie, ich krieg noch was? Ja, du kriegst jetzt dein Geschenke Nein Stefan, traue dich Ja, okay Ich hab gerade vorhin eine ganz schreckliche Geschichte gehört Wie? Irgendjemand hat dir mal Kakerlaken geschenkt Ich wollte dir nur sagen, es sind keine drin Ja, das stimmt Das muss ganz gruselig gewesen sein Das war dieser Typ, wie heißt der, der bei Sat.1 diese Franklin Franklin, genau Ja, der hat mir die nicht geschenkt Der hat die einfach in seinen Haaren mit hier reingebracht Du musst es ein bisschen vorsichtig aufmachen Aber du darfst beginnen Lebt es? Nein, das lebt nicht Soll ich raten? Ja, das hat auch einen Sinn, warum ich dir das mitgebracht habe Was hat das mit Trau dich zu tun? Ja, pass auf Also ich hab schon Trau dich Das ist das neue Album Ach, das ist dein neues Album? Ja, ja Das letzte war ja sensationell erfolgreich Wir haben da hier damals drüber gesprochen Das ist unfassbar Du hast selbst da drauf gesungen Und auch Wenn du es schüttelst, könnte es Probleme kriegen Also weil es dann durcheinander wird vielleicht Achso, im ersten Moment sieht es aus wie eine Tretmine Ja, aber Es ist eine Filmrolle Also Ich versuch mal zu öffnen Was? Ja, stell es mich hin Ist es gefährlich? Nee, es könnte nur Kommt irgendwie sowas Lustiges Irgend so was? So ein Teufelchen Ist ein Scherzgeschenk? Ich finde immer spannend, das zu raten Das macht mir so einen Spaß Okay Was könnte es denn sein? Naja gut, das kann ja eine lange Sendung werden Nö, nö Ist es was? Darf ich raten? Du sagst immer ja oder nein? Ja, bitte Ja Ist es was zum Ist es eine Überraschung? Wow Ja? Ja, ich glaube, es ist für dich eine Überraschung Okay, lass mal nur ja oder nein sagen Ja Ist es auch was zum Naschen? Ja Ist es Schokolade? Ja Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal Ja Ich weiß es nicht, was es ist Ist es Schokolade? Ja Echt, da liegt ich aber nah dran Ja Mon Cherie? Nein Fünf Mark ins Schweinchen Soll ich gucke einfach mal rein? Bitte, mach das Ich bin manchmal so enttäuscht, wenn ich immer denke Geil, da ist jetzt Geld drin oder so Genau Vielleicht stellt es sich Wenn sie mir was schenken wollen Irgendwie, ich sag das nur zu irgendwelchen Gästen Wenn sie hier ins Studio kommen Geldgeschenke sind mir am liebsten Dann kann ich mir das kaufen, was ich wirklich brauche Gut Oh Ha Das war, ich wollte jetzt Ich hätte bekommst 10 Mark Woher weißt du das denn? Keine Schaut Da sind 10 Mark drin Okay Das wusstest du nicht Natürlich, ich habe es da da reingesteckt Ich habe es nicht gepackt Ja, du wusstest das natürlich Aber ich wusste nicht Weil ich dir meinen Monolog zuvor Was ist das denn alles? Das sind Wunderkerzen, die wirst du brauchen Wunderkerzen, ja Ja, lasst du 10 Mark bitte nicht fallen 10 Mark? Ja, die wirst du brauchen Du brauchst das alles Ich habe nämlich damals Als der Euro eingeführt wurde Habe ich alle meine Geldscheine Und alle meine Stücke weggegeben Und so als Erinnerungsstück Tut mir immer noch ein bisschen weh Dass ich nicht den 10 Mark Schein behalten habe Den habe ich gedacht Den 10 Mark Schein Dann hast du was zu nähen bekommen Was zu nähen? Ja, das braucht man auch Da, wo du hingehst Was heißt, da, wo ich hingehe? Ja, da, wo du hingehst demnächst Seife natürlich ganz wichtig Seife Und möchtest du selber erzählen, was da drin ist? Ja, das ist der Kondom Genau Kondom Was gehe ich in den Puff? Naja, nicht ganz Wieso, könnte ich doch mich mit meinen Freunden Thomas Gottschalk und Heino treffen? Stimmt So, das hier, was ist das hier? Ja, das ist so ein wichtig-wichtig-bändchen Ein wichtig-wichtig-bändchen? Das kann man immer gebrauchen Ein wichtig-wichtig-bändchen? Ah, okay Dann hier was zum bisschen Süßigkeiten zum Naschen Streichhölzer Ich weiß, was da braucht man unbedingt Ja Zahnbürste Zahnbürste, ganz klar Lampe Ja Wo könnte ich denn hingehen? Unter Tage oder was? Parfüm, Aftershave-Krempe Also der richtige Mann rasiert sich ja auch ab und zu Ja, Smarties Genau Was zum Schreiben, damit du mir mal ein Rückschreiben kannst Aspirin braucht man auch was zu rauchen Zigarre, Würfel, ist das auch wichtig alles? Das ist alles wichtig Worauf führt das denn so? Das ist Uso übrigens, da kannst du dich betrinken Das Uso? Ja Gute Musik ist auch immer ganz wichtig Und eine Platte Ja, und wo gehe ich jetzt hin? Das ist das neue Album Pass auf Da trau dich, Katika haben wir auch was da drauf? Wieder? Ja, das ist das neue Album Ich kriege jetzt irgendwas geschenkt Trau dich Du bekommst jetzt Also Reutlitz bittet um ihre Mithilfe Ja Stefan Raab wird gesucht Was ist das? In die Eins Ich hab mir folgendes überlegt Ja Okay, das musst du mir jetzt erklären Ich erkläre dir das jetzt Ja Wir, die Grundy und RTL laden dich ein RTL lädt mich ein? Zu uns in den Knast Das habe ich ja seit fünf Jahren nicht mehr gehört RTL lädt mich ein? Das ist ja geil Ich habe heute ein bisschen für dich gestritten Weil ich gesagt habe Ich darf zu dir kommen Und ein bisschen Werbung für mein Album machen Und du kommst bitte zu mir in den Knast Und was soll ich da für Werbung machen? Für dich Ich könnte im Knast Trau dich einfach Ja Ist das ein echter Knast? Oder ist das nur im Fernsehknast? Nein, das ist im Fernsehknast Ich soll mitspielen im Fernsehknast? Ja, wir bitten darum Geil, was soll ich denn spielen? Könnte ich einen Zuhälter spielen? Wir schauen mal Wir schreiben deine Rolle noch Und du wirst aber auch Text Ja, irgendeinen dreckigen, miesen Luden möchte ich spielen Und falls du mal wieder rausmachtest Habe ich dir einen Antrag Auf Freigang mitgebracht Den kannst du dann ausfüllen Das ist tatsächlich eine Auffassung Ich darf bei euch mitspielen in der Serie? Richtig Wie viel Aufwand ist das denn? Schaffe ich das denn? Ich muss ja jeden Tag arbeiten Das gucken wir da nicht Ich werde dir dann helfen Ja? Ja, das finde ich Also, da müsste ich ja Aber ich habe gesagt Du bist der Einzige im deutschen Fernsehen Der sich alles traut Und du bist ja im Moment So in die Zeilen Und Schlagzeilen geraten Echt? Ja, hast du nicht gelesen? Also, ich lese das ja fast Täglich Dass dieser Rechtsanwalt Sich da unheimlich profilieren möchte Weil er gegen mich klar wird Oh, Telefon Ich komme aber gerne Hallo? Ja, wir müssen ein kleines bisschen Ich komme aber gerne Fündet ihr das gut, dass er in den Knast geht? Ja oder nein? Ja Ich glaube, da kannst du dich schon mal ein bisschen hervorbereiten Ja Gute Idee Du kannst es mir noch überlegen Du musst nicht Doch Ich finde, das ist eine super Idee Ja Wir müssen ein kleines bisschen Werbung machen Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber Ich kann halt nur mich selber spielen Deswegen möchte ich halt auch einen Zuhälter spielen Ja Also sowas könnte ich mir vorstellen Wenn wir das in einem Tag erledigt kriegen Das kriegen wir Das wäre super Wieso ist da ein 10 Mark Schein drin? Zahlt man im Knast noch mit Mark? Nein, nicht wirklich Aber ich habe gedacht Das ist nochmal so die Reminiszenz An die gute alte Zeit Und unser Knast ist ja auch schon ein bisschen veraltet Und da gab es die D-Mark nämlich noch Und deswegen die 10 Mark Damit kann man sich ein bisschen freikaufen Hast du mal drüber nachgedacht Wenn du hier singst und spielst Und mit deinen Titeln auch mal im Knast aufzutreten Also im richtigen Knast Ja, das sollte jetzt eigentlich am 21. Herford stattfinden Mit einer Knastband Ich soll dich übrigens auch Ich habe heute wieder eine E-Mail auf den Rechner bekommen Von Knastradio grüßen Knastradio in Osten Die haben heute noch geschrieben Es ist also angekommen Und die haben mich um Unterstützung gebeten Und hätten mich gerne als Schirmherrin Und hätten dich auch gerne als Schirmherr Was? Das ist im Knast Musik zu spielen? Genau Die machen im Knastradio seit über einem Jahr Und jetzt fehlt eigentlich Peanuts an Geld Um das Knastradio weiterzumachen Ah, tatsächlich? Und der Michael Ballack hat sich da schon eingeklingt Was? Der sitzt auch im Knast? Nein Nein, der hat sich tatsächlich finanziell scheinbar daran beteiligt Und ich finde das aber eine superschöne Idee Das ist eine super Idee Ich habe schon mal darüber nachgedacht Mit meiner Band ein Konzert im Knast zu spielen Dann kommen die auch immer wieder dahin, wo sie herkommen Ja, genau Mit so einem ganz besonderen Programm, weißt du? Stefan Raab und die TV Total und Herb in der Heavytones Treten auf in der Justizvollzugsanstalt in Frag mich nicht wo Ist doch dann auch wurscht Und dann spielen wir nur so Lieder wie Hier von Westernhagen Freiheit Genau Ich will raus Ja, sowas hier Oder ich war noch niemals in New York Ich war noch niemals auf Hawaii So was Ja, wenn Sie sich freuen Ja, wie gesagt Wie bei den Wolken Muss die Freiheit wohl krebsen Ja, ist wunderbar Haben die Humor da im Knast? Ja schon Muss man dann direkt da sein? Ich war ja nicht so lange da Wollte ich gerade sagen Ne, schon Viele sind da sehr gut drauf Hinter Gittern immer Mittwoch Montags natürlich Montags Um 21.15 Uhr Weiterhin viel Erfolg damit Und viel Erfolg mit dem neuen Album Trau dich Dankeschön Kathi Karrenbauer Meine Damen und Herren Und da komme ich drauf zurück hier Ich bitte darum Darf man das für ein Konzert im Knast auch aufzeichnen? Ähm, es kommt drauf an In welcher JVA du bist Das finde ich mal eine lustige Ich kann ja auch noch Kontakt machen zu einem anderen Typ Falls es eine JVA gibt, die gerne hätten, dass meine Band und ich dort auftreten Und mir das Konzert dort aufzeigen wird Und nicht nachher nach da bleiben müssen Ja, melden Sie sich bei uns Alles klar Vielen Dank, Kathi Karrenbauer Danke, dass Sie sich einladen Kathi Karrenbauer